Manchmal trifft es einfach den Falschen. Er wollte mich. Sie bekommen natürlich Personenschutz. Das brauche ich nicht. Wer mich kriegen will, der kriegt mich sowieso. Den umzubringen ist ja aber dumm. Der gehört vor Gericht. Das soll mal offenlegen, was für ein Mörder der ist. Landmann kauft alles, was er will. Sie haben sicher noch ein paar Fragen, oder? Der Tatort. Sonntagabend. Im Ersten. Im Ersten.